Tag 51 von Alcanis ins Ebro-Delta-Delta-Tempre oder so heißt es. Es sind noch zehn Kilometer, es waren so 125 Kilometer und davon waren 100 wunderschöne Kilometer. Einfach nur, Via Verde hieß das, einfach nur ein Radweg und ich kam von der richtigen Seite immer nur einen Berg runter. Es war herrlich. Einmal musste ich so durch eine Lehmgrube durch, da war ein Tunnel dabei, zwei Kilometer ohne Beleuchtung und eine Lehmgrube. Ich hatte glaube ich fünf Kilo Dreck mit, da musste ich jetzt erstmal an den Dampfstrahler hin. Die fünf Kilo sind jetzt weg, jetzt fahrradet er ein bisschen sauber. Wunderschön und wie man schon wieder hört, Gegenwind, also Wind und in meinem Fall Gegenwind. Keine Ahnung, was ich falsch mache oder richtig. Egal, ich freue mich heute Abend unglaublich aufs Essen. Unglaublich. Unglaublich. Ebro und morgen, also Ebro-Delta liegt direkt an der Küste, morgen geht es dann. Es ist nicht mehr Süden, es ist Westen. In dem Sinne, schönen Abend.